an die mich einfach vorsprechen lassen und haben mich gleich genommen vorher haben sie natürlich alle wieder gelacht ja aber über die stimme kann man doch nur lachen alter ganz ehrlich wie ich schon gesagt habe du hast dich an wie eine quietsche in der badewanne ganz ehrlich also ich ich habe meine mutter aber noch nie gefragt wie sie dich als baby ertragen konnte also du musst als baby noch quietschender gewesen sein jetzt hast ja mehr oder weniger stimmbruch hattest du überhaupt jemals den stimmbruch weil das kann ich mir nicht vorstellen also das der wird wohl kaum ausgeprägt sein der stimmbruch naja arzt sagte der stil ich habe einen stimmbruch fehler ich hatte nie einen stimmbruch gehabt zumindest nicht so wirklich ja so hört sich aber auch an alter ganz ehrlich ist eine krankheit und kranke leute soll man eigentlich nicht auslachen aber nicht die so eine stimme haben das alter das ist einfach zu krank kürtelswolf habe ich geschrottet das ist ja super da ist schon hier schluck auf und ich muss mal aufs örtchen aus stille bis gleich leute lasst doch laufen ist schön warm das ist ekelhaft sei ruhig bis gleich leute so da bin ich wieder und ich muss scheiße das licht vergessen muss nicht langsam mal wieder licht anmachen so dann machen wir mal weiter ja auch man schon wieder fünf runden alter ernsthaft naja timmerlein 2 musst du ins mikrofon fortführen das habe ich mit dem mund gemacht aus dem maul alter was da abging gerade schade ging nicht so wirklich was ich vorhatte cool da da schwebte ein karton vom amazon in der luft das ist ja super wieso ist das super naja so ein schwebender karton einfach hat man auch nicht alle tage ist bestimmt nur luft drin naja deswegen schweb da alter tacht auf ne motorhaube na gut jetzt nicht mehr helio ouch was sagen helioe aber aufs maul ja wo sag nichts ich weiß ist ja gut ich hätte eh nichts gesagt hast mir erklärt achso na gut alter was geht mit den anderen nicht alter flog ihm sogar die puppe weg guck nicht da unten auf deinem handy weil es blinkt ja ist doch gut du machst bestimmt bald wieder ne pause ne nach dem rennen jo hab ich mir doch gedacht alter wie geflogen bin gerade ouch man ich wollte den kleinen rein fahren der hätte ich so angeboten aber nein meine nasi kiste von amazon wolltest du keine werbung machen hä 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 wolltest du keine werbung hä ja gut ich hab amazon ja kennt man doch ist doch kennt doch müsste eigentlich jeder kennen bäm dürfte also dürfte also nichts neues sein du fährst wie ne besenkte sau weißt du das nja ich uah ich wollte nur sagen noch kann ich das aber schon wieder das ist ja die fünfte runde alter was geht aber jetzt sage ich das nicht was ja dass ich dir ein bier ausgeben wenn du gewinnst ja du kannst du ruhig machen oh scheiße oh hab ich Vorsprung das ist gut das ist gut das ist super cute ah scheiße schade ich wollte auch rückwärts rein aber naja gut man kann nicht alles haben so leute ich habe ja auch schon angekündigt oh ich werde eine kleine pause machen und bis gleich so da bin ich wieder und weiter geht's im geschäft des lebens so wieso könnte ich sowas mehr an ja weil das normal ist na gut hast du auf dir recht siehst du wow du gehst mir schon wieder recht alter nimmt ja gerade nimmt ja fast schon dimensionen an nein zwei runden alter da muss ich mir da muss ich ja ordentlich fahren aber ich habe eine idee aber ich habe eine idee Bro willst du fahren wolltest doch eh mal fahren ähm aber jetzt jetzt bin ich wieder gut genug zum fahren ne ja weil zwei runden alter ist echt gelitten und du kannst am ordentlichsten fahren na gut ich probiere es mal dann lass mich mal sitzen da na gut so Bro dann setz dich mal hin da ne äh so ich muss mal Kopfhärer aufsitzen so wie werde das nochmal mit fahren äh es nitro jetzt hast du Bremse und Pfeiltasten einfach ist doch ganz einfach na gut ja dann will ich mal ein Rennen fahren na 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 ich singe ein Liedchen ich singe ein Liedchen ich singe ein Liedchen la 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 wow was machen die denn da müssen die so müssen die so fahren von dem was hier alles rumfliegt ja die haben die lassen einfach mal einen fliegen ha 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 hör auf mit den Witzen dazwischen ich will hier ordentlich fahren ja ja dann mach das mal ne denn bin müdig jetzt sollst du das ordentlich fahren einfach mal gegen die Wände ballern beruhig dich oh man verdammt ja so würde ich aber auch fahren ne ja das oh was war das denn gerade was war das denn nein das will ich doch gar nicht Mann oh der lässt mich nicht vorbei na jetzt kommst du ja vorbei ach das ist ja super wie du f- wie du fährst uah sag das nicht noch sonst fahr ich wieder schlecht naja du kannst doch du kannst doch eigentlich fahren ja aber nicht wenn man mir das sagt dass ich gut fahr naja gut dann sag ich nichts mehr gefasst hier also dann fahr mal ja mach ich auch alter was hier alles rumliegt ist doch krank man könnt ihr nicht aufräumen ja das das frage ich mich auch schon die ganze Zeit also war da alles rum nicht alter da kommt doch die Wehrandveen und schreit Fäkalien was hast du immer mit dieser Wehrandveen ja weil die immer Fäkalien schreit wenn es möglich und dreckig ist weiß ich nicht uah alter fahr mal ordentlicher jetzt ist doch gut wieso bist du schon wieso bist du erst weiter frag ich mich auch warum nein ja wenigstens wenigstens weiter also ach da vorne ist ja den kannst du ja auch kaum einholen also ich weiß nicht der muss einen getimten Motor haben einfach einfach weil so fahren ist so was war das denn gerade ah man scheiße ey sowas sagt man nicht sorry nein ach man oh was ist denn das was geh sterben boah was war das denn gerade ich dachte du willst nicht so fahren wollte ich auch nicht aber der ist mir so auf den Sack gegangen meine Fresse da kann man nur aggressiv fahren boah boah das ist ja mal ein Wunder alter man das ist ja blöd ja dann guck mal ähm was wir als nächstes Rennen haben wenn das jetzt zwei Runden sind kannst du wieder fahren na gut ehrlich ja natürlich warum nicht na gut zweiter aber ich meine gut der andere der war ja auch kilometer weit vorne also das zwei Runden okay kannst du weiterfahren oh das ist ja schön dass du mal aggressiv geworden bist alter das ist ja rekordverdächtig müsste man glatt in die Geschichtsbücher eintragen naja so rekordverdächtig ist das dann auch wieder nicht ups wieso fahren die mir entgegen das ist doch blöd standen die mir einfach im Weg naja das habe ich ja auch immer das ist immer blöd ja was heißt für dich ist das blöd für mich nicht ups der ist mir entgegen gerutscht ja das habe ich auch gesehen what the f- was machst du denn da jetzt seh zu dass du nach vorne kommst ist doch gut ich bin doch schon erster jetzt ja aber versuch mal erster zu bleiben das wäre super ja ich versuch's muss ja nur ordentlich fahren das kann ich ja naja dann mach das auch wär das wär das größte Geschenk einfach ja 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 hör auf mit den singen sonst sperrt die GEMA noch das Video das will ich nicht wieso das ist doch mein Lied was ich so vor mich hin summe das kann auch deine Lieder summen naja jetzt brauchst du es ja nicht jetzt bist du ja erster Mensch dankeschön ja bitte soll ich vielleicht das nächste auch noch machen ähm